So, mein Freund, du kriegst heute nicht irgendwie ein Video, was du schon tausendmal gekriegt hast, nein, du kriegst vom Feuerwehr, Willi, ein ganz persönliches Video nur für dich. Und warum? Weil du in der Feuerwehr bist und ich für andere Einsätze und das ist Weltklasse. Deshalb an dieser Stelle wünsche ich dir ganz tolle Weihnachten, ganz tolle Momente, besinnliche Zeit, schöne Geschenke, Geschenke können aber alles mögliche sein, nicht falsch verstehen, Geschenke können auch schöne Momente sein und die wünsche ich dir von Herzen, natürlich wenig Einsätze und wenn wir uns vorher nicht mehr hören, einen super Rutsch ins neue Jahr 2020. Wie gesagt, finde ich ganz toll, was du machst, dafür ganz lieben Gruß, ganz lieben Dank, ehrlich gemeint, bleib wie du bist, 5 Sterne Mensch, bist du. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.